Musik Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends Bro Power Fun Mode Und wir haben wieder was ganz ganz lustiges für euch Zusammen mit meinem Rückenbruder Barbara Yeah Buddy Was genau ihr Lieben seid ganz herzlich willkommen Bro Power diesmal wieder ein Fun Modus Und diesmal ist es ein ganz besonderer Ich meine jeder Fun Modus ist besonders Aber ihr kennt das eigentlich so Wir bauen bestimmte Items Wir nehmen bestimmte Champions Und diesmal ist es egal welchen Champion wir nehmen Aber wir bauen gar keine Items Ihr seht das Alle Slots müssen leer bleiben Bei uns und bei den Gegnern Das ist so krass Keine Trinkets, keine Tränke Es war richtig seltsam Ich wollte gerade schon wirklich versuchen Also ich wollte schon auf dem Stink was kaufen Ich gehe mal davon aus Du wirst das meiste Geld sammeln Aber ich bin gespannt wie viel Geld das am Ende sein wird Hast du am Ende irgendwie 20 oder 30.000 auf einmal Achso stimmt man darf ja nicht mal was kaufen Soweit habe ich noch gar nicht gedacht Aber wir haben uns auf jeden Fall überlegt Welche Champions wären gut für diesen Modus Und da Chogat einen super guten Base Damage hat Plus eine super geile Ulti Also du musst ja wirklich denken Die Gegner haben keine Rüstung und Magie Resistenz Außer das was sie in den Ruhen haben Plus du musst wirklich Champion nehmen Wie viele hat Liestens Ulti jetzt auf Level 1? 200 Ich glaube 200, 400, 600 Boah ist ja so krass 600 Damage Aber meine Witch hat hier 300 300 400 400 300 300 400 300 stimmte Dein ist auch fett Ich spiele den Gubble Top Das heißt ich werde jetzt relativ sicher spielen und ich werde.... Nehmen und mein EE Den ein oder anderen Farm verpassen, aber egal Hauptsache ich überlebe Und ich hoffe du hast jetzt mal das Micro an Nice, Evet ... Genau den allererstes das verpasst Nunta schon mal gut für die Moral Ich hab noch keinmal gegen den neuen Vega. Ey das ist doch blö ut Dann werden die mich jetzt Zone und Nasus kriegt viel Farben, oder was? Äh, freezen sie? Freezen sie oder freezen sie nicht? Das ist die question. Es wird anfangs... Du musst halt warten bis zum 1000 und dann bestmögliche Lasted. Der Lee-Farm wirklich nicht. Er lässt Nasus komplett Farben. Das ist doch... Das ist doch... Der will ja auch nur Level 6 mit der Ultima. Er braucht ja... Man braucht ja gar keinen Farben mehr. Ist ja scheißegal, ob ich jetzt Lasted oder nicht. Nein, ich kann einfach pushen. Ach so, na klar. Ist ja geil. Wir nuken jetzt die SES, ich brauche nur die Erfahrung. Ja klar, das heißt, ich stehe einfach nur... Ey, ist das geil. Das macht diesen Modus auf jeden Fall schon mal sehr lustig. Ist das geil. Scheiß auf Nasus. Das ist erfarmt, aber das ist gar nicht so... Ja, Nasus kriegt ja Stacks, so. Er muss das machen. Leuch, woher kann ich nicht Lasted? Er hat den Spaß, aber die sind hier oben. GG. Ist das geil. Ist das geil. Ich merke schon, ich fühle mich gerade richtig bad, wenn ich Lasted verpasse. Das ist so komisch. LOL. Das heißt, ich pushe nicht mal. Ne, ich pushe ja gerade nicht und Nasus kann dadurch gar nicht fahren. Okay, andererseits muss man auch sagen, ich heile mich, wenn ich Minions kille. Ist das wurscht? Ich feiere das gerade übel. Guck dir das an. Die hätten nie pushen dürfen. Nasus zu nehmen ist hier ja richtig schlecht. Nasus zu nehmen ist hier ja richtig schlecht. Nein. Fischblatt. Ich bin voll greedy, aber den wollte ich mitnehmen. Ich kann ja nichts kaufen. Scheiße. Guck dir das an, Mike. Die Minions, die kommt wieder vergegnet. Nasus kann überhaupt nicht fahren. Ey, warte. Was ist? Darf man folgenden Trick einsetzen? Ich hole 5er Schuh. Hau ihn gerade gut und verkaufe sie direkt wieder. Nein, nein, nein. Ich würde nur gucken, ob es... Ah fuck, ich kann sie nicht verkaufen, oder? Doch, guck mal, ich hab jetzt, guck mal. Ist das geil. Ist das geil. Wir haben keine Alters. Wir haben keine Alters. Wir haben keine Alters. Mr. Mike AP. Der sucht immer jede kleine Nische in den Fun Vault. Die funktioniert. So, einmal kurz getraded hier mit dem Freund. Lee ist übrigens weg. Also einer fehlt hier. Nasus macht das nicht. Ich bin doch so ein kleiner Spitzlebubble. Spitzlebubble. Kleine fiese Bubble. Ah Gott, der gegen Nasus kann ich auch nichts machen. Ey, das ist so bitter. Haben sie den Radius ein bisschen... Oh, hier ist Lee. Ja. Nein, ich bin gleich schon nicht getroffen. Nooo. Und ich darf nicht warnen. Ich darf nicht warnen. Yes. Nice. Yes Baby. Und Lee ist hier? Nein, ist er wirklich schon da? Vielleicht noch ein bisschen weniger. Ich wollte dich noch scannen. Er holt den Amomo. Amomo, halt mal. Er hat ihn. 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 Das reicht nicht, ne? Ja. Die Frage ist, wo ist der Lee hingef... Der wird sich jetzt hier backporten, oder? Nee, der ist von hier nach hier geflasht. Die Krabbe. Die Krabbe. Ich schaff's nicht mehr richtig. Da war er, der Freund. Die Hisaf. Achso, ich kann mich jetzt nur bet... Lol. Le Gang. Und der ist noch da! Und da hat ihn! Ey, Michael, ich komme bei dir vor... Und der Mumu ist ja auch noch dahinter. Ich komme jetzt einfach vorbei. A-Rome macht viel mehr Spaß. Ja, aber du musst wirklich auch Erfahrung holen, ne? Ja, das ist alles irgendwie blöd. Hahaha. Der einzige, worum ich lastet, muss es um meine Passive einsetzen. Wollen wir ihn diven? Komm! Ich triff meinen Q. Trip Tower irgendwo. Hä? Hey! Was ist das? LOL! Oh mein Gott! Wieso hast du nicht geschildert? Hast du geleckt? Oh mein Gott! Ich war mit den Fingern, äh... Eine Position weiter! Was? Ich habe mich echt gewundert gerade, weil du hast halt nichts gemacht. Oh mein Gott! Sorry, Bro, ey! Ja, ist ja nichts passiert. Alter, ich denk so, hä, wieso schilde ich mich nicht? Wieso? Wo ist mein Q? Ich dachte so, Lex ist totes? Nein, auch nicht. Yo, das... Es geht doch gerade gut los. Dass die Gegner einen Bart haben, das finde ich so mutig. Der hat jeder gute Base-Stats. Aber ganz... Ich glaube... In dieser Comp wäre vielleicht auch wieder sowas wie Leona geil gewesen. Hat auch nicht so die Base-Stats, aber dieser CC einfach. Ist das chillig. Weil es sind ja Squishies. Und Bart hat ein bisschen... Aber dafür haben wir noch Lissandra, ne? Ich will einfach nur Magical Journey. Uh! Stimmt. Ey, ist das geil. Minute 6, Power-Rot hat 4 CS. Ey, das ist doof. Jetzt bin ich gegen 2. Aber egal. Nimm ein bisschen Erfahrung mit. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ich habe Bock, dass ich Nasus ge... Achso, hä? Der hat nur 66 hier allerdings. Warum hätte ich jetzt auch Bock auf ein Roaming-Dies hin? Na Nasus, du kannst hier nicht fahren. Die wundern sich jetzt bestimmt. Hä, Power-Rot? Und dann gibt's hier den True Damage hier. Dann fress ich ihn heute. So, ich boiz. Ah, okay. Wie ist es jetzt, boiz? Jetzt versuch der auch zu. Jetzt bin ich 6. Jetzt bin ich 6. Oh, jetzt bin ich 6. Oh, und jetzt bin ich auch 6. F***ing game! Wie kommst du raus? Ha! Hashtag Wolf! Eigentlich... Ich habe, du guckst nicht mehr auf die CS. Jetzt guckst du nur noch, welches Level sind die Gegner. Stimmt, ja. Ich gucke, ich bin ein, der wie über... Wege, also work. Ey, deswegen ist Bar-Try gar nicht so schlecht, weil er kriegt extra XP. Achso, und wenn er seine, wenn er diese Dinger da sammelt? Nein, ja. Oh... Hat er ulti? Reicht noch nicht. Schade, dass er die Ulti... Schade, dass er die Ulti... Schade, dass er die Ulti... Muss er bedenkt. Er hat gar nichts an Items, ne? Vielleicht hätt's auch so schon gereicht. Schade, dass er die Ulti mal eingesetzt hat. Er hat 330 Leben. Na komm, Nasus, lastet dich hier. Amomo wurde gesehen, der hat Angst. Ah... Amomo, hau ab. Das kenn ich, wenn der Jungle dann... ...dein Laner skeert und du bist bereit, Plays zu machen. Aber jetzt ist er weg. Jetzt kann ich mit Amomo hier einfach pushen. Ist das bitter. Keine Items kaufen. Ich bin gespannt, wer am Ende der Squishieste ist. Wer am Ende am meisten natürlich geht. Holy Moly! Ich bin ja auch total squishy. Aber das wird sich noch... Warte, hab ich genug Mana für eine Kombi? Er soll nur kommen. Ich kann ihn, glaube ich, besser nicht. Okay, ich bin Mana. Nice, wir haben die Tower. Was bringt das Global Goat? Oh, Hilfe. Amomo! Du warst doch schon hier unterwegs zweimal. Okay, wir kommen jetzt beide. Komm schon. Diesmal hab ich die Finger. Ich gucke nochmal auf den richtigen Tasten. Oh ja, der ist... Oh, jetzt kommen alle! Fünf Leute gegen ihn! Lord! Presse ich ihn! Vielleicht können wir den Tower jetzt auch schon. Thank you! Ich pingel, ganzes Team. Können wir überhaupt Drink machen? Ohne Items? So wünsche ich mir das auch ein Solo für hier. Was ist gut? Eine Tap. Fünf Leute, wir kommen. Hast du gehört? Können wir eigentlich Drake machen? Ohne Items? Klar, auf jeden Fall. Irgendwann schön. Aber wir müssen erstmal durch noch mit Lanes treffen. Nice. Wie Stacks hat unser Nasus? 117. Der Gegner Nasus? 99. Unser Nasus. Oh, da komm ich rein. Magical Jack! Da will man unbedingt durch. Dann nehm ich mir halt deine Erfahrungen, sag ich mal so. Oh. Die Trap! Uuuuh. Der erste Team! Er freut sich, der kleine Nasus, da? Dass er Besuch von Mr. Mike AP bekommt. Jetzt weiß ich, was du meintest. Und jetzt auf der Top nämlich keine Action. Ich will Action machen. Oh. Sexy. 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 So hier war jetzt noch irgendwo der Gegner der Scheiße. Na 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 na. Sexy. Na na na. Oh. Ja ich komm hier vorbei. Ich kann ihn nur fressen, ne? Er reicht aber. Hast du Ulti? Das kann euch nennen. Ich kann ja den Fight suchen jetzt. Steh mal da rein. Ich fight einfach. Er kann ja eh nicht warden. Das ist so geil. Gewardet haben kann er ja nicht. Ah, ich warte einfach. In 15 Sekunden hab ich meine Ulti. Jetzt? Ich hab keine Mana mehr. Ich hab absolut keine Mana mehr für... Nicht mehr für Ulti. Aber jetzt hätte ich wieder für Ulti. Ich kann sie wegkicken. Haha. Hallo Nasus. Die Rehe ist von der Po unter, oder? Ja, glaub ich auch. Ja, glaub ich auch. Ja, glaub ich auch. Aber warte. Ich muss mal ein bisschen machen. Also wie viel kostet mein Queue? Ja, was hat der vor? Was hat der vor? Ey, das ist super geil. Geh mal Irea face checken hier. Haha. Diese frechen Autotest. Bist du ready? Eigentlich schon, wenn du willst nahe. Warte, wenn er seinen nächsten Queue stackt, dann spring mit W auf mich drauf. Jetzt. Mein Schild! What? Nein! Das hat nicht gereicht, dieses Schild! Aber du bist doch nicht mit W auf mich drauf, ne? Bin ich nicht? Oder auf einen Minion, oder was? Ich glaub du bist auf einen Minion. Ah, okay. Das ist zu greedy von mir. Man geht jetzt erstmal automatisch in den Shop. Aha, was könnte ich mir alles leisten? Was könnte? So. So, ich guck wieder. Erfahrung. Ja, ich bin Level 9. Ey. Mal gucken mit Sicht. Ach, 5, 3 Hater. Das Ding ist, ich kann jetzt halt nicht überprüfen, ne? Guck mal. Homeware Boots. Gekauft. Xing, 5, 3 Hater. Frag off job. Ja. Das ist so frech. Das ist so. Ich nutze, ich nutze diese Chance. Das ist so frech. Das ist tricky. aber leider kann ich jetzt ist denn wie viel geld hätte ich am ende des spiels gehabt ach so wie viel das netz jetzt habe ich 4.000 hätte sonst nicht fahren zu müssen das ist schon 6.000 wirst du ja man kann rechnen eigentlich 1200 kostet die machen nicht das kriegen die machen ich versuche der kleine bar hat irgendwer tp doch ja was ganz geil wirklich dieser modus macht aber ich weiß nicht jeder dieser von modis das war ja was richtig neues heißt ja nicht umsonst aber es war echt so laune und das ist auch irgendwie immer troll ich du guckst ich wünsche wieder in shop gucken auch schon retten ist so richtig viel bringen wieder meistens und passt wirklich sehr effektiv nach den nasus 9 level ist 6 hat unser sohn der fixer gleiche eigentlich er sei kommentare ihr könnt gar nicht vor allem das hat jemand geschiebt nein das sind wieder diese besten leute die sich nicht die von anfang an angucken soll gleich umsetzen und das ist das denn warum haben die beiden 20 jetzt fangen sie zu tanzen oh boom ha 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 jetzt kann er ganz jetzt kann er ganz ja 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 buddy ich habe es macht das auch abgehen über die und der jäger präsentiert sich nicht mehr er geht jetzt zu euch aber man merkt schon jedes mal in den fun modi gedanken darüber gemacht was spielen wir wie geht man vor die kleinen sneaky tricks von mir für die gegner ist das komplett neu und deswegen dominieren wir auch immer so ein kleines bisschen das stimmt man muss sich ein bisschen überlegen ich muss aber auch sagen wir hatten das an modis wir hatten auf jeden fall auch schöne spiele wo die mates wobei unsere gegner sage ich mal sich auch richtig gedanken gemacht wird es nicht haben hier ist der turnie nein er hat mich wirklich die gemeintet ob die die genau zu richten der Eiger und stoppt ganz gefressen ich habe meine meine Leute verbessert und dadurch der Weger Cage doch er macht gleich seinen Boden wo ist der Boden den müsste er auch haben oder was hat er glaubt der Modus wäre auch geil mit obwohl das die Gneit mich jetzt schon zweimal gekriegt hat ich bin so frech guck mal auf die Alte dieser Troller guck mal die sind drauf mit den anderen sonst hat sie auch verkauft das finde ich schön die Leute sind sehr adaptiv ja genau adaptiv lernen definitiv dazu aber ich mach's nicht noch sträub ich mich dagegen genau weißt du ich mach aus dem Fun-Mode einen Super-Fun-Mode ähm warum seine Nase beide Nase haben über 100 komm mögt Magical Journey Magical Journey NO bukan Nasis lang Magical Journey fait du Abbafton? nic das mein kunig getroffen habe ich nicht ich bin da und hier ist der kleine vega oh da bin ich drinnen da kann man nicht wahr sein die rea hat mich gerade so Oh, hier geht's doch weiter! Hallo Irea! Nice! Jep! Nice! Niiiice! Geil ey! Irgendwer muss uns nicht mehr heilfen, ich hab keine Heilsen! Oh oh, Bart! Jetzt seine Zeit zu glänzen? Die Zeit für Bart! Guck mal, er läuft da durch! Bob! Alter! Hast du das gesehen? Nee. Hast du im Dings gecut? Ja, aber ich bin hier gelandet, obwohl sein Ausgang ja ganz woanders ist. Nee, das hab ich leider nicht gesehen, schade! Also geht auf die Kanal von Poprot, schaut's euch an! Und er ist auch tot! Könnte auch schon fast draken, hab ich mir gelogen. Ich glaub dann, drake ist ne gute Idee. Alter, das war grade geil, aber was für'n langes... Was für'n langen Journey, der da aufgestanden hat! Weiter geht's! Don't sex you up! Nice! Lissandra und Li kannst du einfach nicht kriegen! So, 7000 Money fast! Was könnte ich noch machen? 7300! Trotz meiner 4 Item Tricks schon! Du farmst auch noch! Ich hab immer noch... Und ich krieg die Kills... Nee, du hast auch Kills! Das find ich fangen! Äh, ich hab 37 CS! Weil du bist ins in Folge halt mit dem Trick, ne? Du musst ja nicht mehr warten dann auch in der Base! Das bringt dir wirklich 10 Sekunden oder so! Ich bin gespannt, was unsere Gegner dazu schreiben! Wenn sie das später sehen! Nee, die wissen's... Die Gegner wissen's ja nicht! Nee, jetzt nicht, aber wenn sie's später sehen! So geil, ich war in dem Game! Hä, Mike hat getrickst! Es haben letztens schon Mike das gecheatet! Mr. Mike AP hat einfach ein Brain! Ich hab so ne schöne Finisher geschickt! Und Nuno wäre bestimmt auch lustig gewesen! Weil die Gegner sind schon slow und die verlangen wir uns! Stimmt! Und du hast alle Objectives! Du könntest easy mit Nuno Jungen! Hier geht's ab! Bist du irgendwo da nähen? Ich komme so langsam! Okay, den habt ihr! Oh! Haha, Mike! Ah! Oh oh! Nice! Achso, Moment! Ich hab grad ein bisschen... Great! Easy! Nice! Nice! Und? Aber wie viel Damage wachtest du denn heute? So, auf Level 2 400! 200! Ja, es wird 200, 400, 600 sein! Wie viel macht meine gerade? 500 True Damage! Ja, es ist schon ziemlich frech! Hast du nicht immer auch so gesagt, dass Chogart irgendwie der bessere Darius ist? Ja, von der Ulti auf jeden Fall! Ja, von der Ulti auf jeden Fall! Der Bard! Er silenced seinen eigenen Tower! Ja! 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 Ich hab noch genug für meine Ulti wieder! Jetzt nur Healtime! Aber wie lustig! Der gegnerische Nasus! Und unser Nasus! Das sind so die einzigen, die wirklich nur farm! Und irgendwie im Late Game richtig okay werden! Ja! Komm, wo ist die Ulti von Liz! Nice! Hopp, 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 hopp! Geilo! Hallo, Bart! Ich hab dich! Aua! Winions! Die Winions! Die Winions! Nein! Boom! Haha! Einmal diese Liste! Ich will noch Level 16 werden und gucken, wie viel meine Ulti da macht. Aber die müsste 600 mehr machen, glaub ich. Oder 650. Wait! Die Nasen! Ah! Papi war Todescreate! 357, 336! Hallo, Li! 1,600, 81 Rüstung, 2,600. Ich glaub, unser Jamaal müsste gewinnen. Hey! Uh! Hast du gesehen, wo ich drin war? Ja! Ich hab mir schön den Bart da weggefischt. Achso, ich will schon wieder shoppen. Geht ja gar nicht. Unter dem Reich noch mit. Jetzt! Ey, da kriege ich aber richtig Bock gerade. Die sind auch... Oh, wie viele Snacks hat der jetzt? 266 und unser Nasus? 248. Ey, die sind auf einem richtig ähnlichen Niveau. Mhm! So, jetzt müsst ihr aber... Der geht euch schon Nasus sterben. Naja, man muss halt den Slow drauf kriegen. Und die Reha und... Ach, die gehen zum J! Oder? Oh, ich muss zum Sech! Alter! Yes! Los! Los, 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 los! Ist aber auch mit Li richtig ungewohnt mich irgendwie schnell ein Toolkit stellen zu... Die Reha ist Solo dran! Das schaffst du nicht, mein Lieber! Wirklich? Das schaffst du nicht. Was ist denn los? Ey, das ist doch so komisch. Obwohl man Kills hat, hat das ja gar nichts zu sagen, weil man ist dadurch ja gar nicht mehr gefeadet. Ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht, oder? Wir sind da mit drei... Wir sind da mit drei... Wait, die wollen sind wir noch?! Der Bart! Der macht einen geilen Job! Ich mag Bart! Ich mag den auch übelst. Ich finde sein Aussehen... Zumindest! Ich hab den Speed Train gehabt! Guck mal, wer kommt! Hallo Bart! Hast du's gesehen? Direkt abgefangen im Journey! Ey! Wie KS? Kommst du ran? Ja. Oh, Irea... Du kannst ja nicht gewarded haben. Falk, ich hab keine Mahne mehr. Ich brauch den Blubuff. Please, Fenton! Ah, der ist weg. Nice. Ich konnte nicht mehr fressen. Ich hab schon auf meine Ärger gedrückt. Ein bisschen zu langsam. Es ist eigentlich ein 4 gegen 4, weil da oben... Wo wir keinen Einfluss drauf haben. Shogat ist... Ich hätte vielleicht eh mehr Max, aber ich weiß das noch nicht. Ich bin eigentlich zufrieden. Das ist meine Ulti 100. Das kostet 90. Oooo! What?! Du hast die... Unter dem Topf... ganze Kombination abgefeuert. Cue... Kick... Ignite... Cue wieder ran. Oh, wer will dich denn hier an? Okay, die ganze Kombination war es vielleicht nicht. Ich glaub, der kriegt uns. Oh, ich glaub auch. Komm, da gehen wir schnell shoppen. Ich geh wirklich schnell shoppen. Schau mal, wie schnell ich im Vergleich zu dir voll bin. Ey, du bist ja langsam. Bist du heftig? Wie viele Sekunden brauchst du von da bis hier? Jetzt lauf ich. Ich... Ich gucke. 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 10 Sekunden ungefähr. Ja, Raumgeld geht ja glaub ich schon ein bisschen weiter. Aber... Also auf jeden Fall, ich bin jetzt schon eine Minute länger als du in diesem Spiel. Solange du dein Mikro anhast, ist alles gut. Na, wie sieht das aus? Oh, er ist tot. Er wird wieder eine Journey gehen wohl. Er wird wieder eine Journey gehen wohl. Er wird wieder eine Journey gehen. Ganz ehrlich, man muss nur durch. Wir wissen, wo man hinkommt. Ey, ich liebe diese ganz neue Mechanik, ey. Good job, Priot, auf jeden Fall. Einfach nochmal durch. Man denkt wirklich, man landet irgendwo anders, obwohl es die ganz normale Welt ist. In einer anderen Welt. Er wird durch den Journey, ey. Er wird durch den Journey, ey. Wie das schon gelingt. Oh, Vega. Ey, das Wichtigste sind wirklich die... Äh, die Drakes. Geben uns wenigstens ein bisschen Power. Oh mein Gott. Der Welker kreift uns beide. Oh. 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 Er wandert mich wohl nicht, was das was von mir ist. Alter, das war Power. Das war Power, die die hatten. Oh. Yes. Nice. Ich glaube, auch so der erste Inhip, der wird auch richtig was bringen. Stimmt, die kann man super, weil sein kann man gar nicht nennen. Ich glaube, ihr Nasus zu werden. Oh oh. Jetzt so ein Sneaky-Seezy-Rod-Portal stellen und dann wieder... Äh. Die war Mike. Sneaky-Seezy-Rod-Portal, das kann ich. So, gucken wir mal, wer hier jetzt lang will. Ich glaube, Barak nicht. Ey, Irea schon wieder mit ihrer natürlichen Tankiness. Das geht mir richtig. Und sie hat auch hier mit dem Wind. Ich mach jetzt mal den Tower hier nicht recallen. Man kann so schlecht beenden auch, ne? Oh shit. Oh shit, ich muss flashen. Nein, jetzt bin ich ein bisschen größer. Jetzt hab ich meine 6 Stacks. Die Junge gegen Nasus trau ich mich einfach gar nicht mehr. Der hat doch so einen extremen Power Spike im Vergleich zu mir. Boah! Weil der Jorn ist so richtig geil, nicht diese Mannschaft. Ey, das ist auf jeden Fall... ähm, der Sieger der Herzen dieser Champion. Und er weiß nicht, wie das hier bin. Und von daher einen lieben Gruß an Horton Lorbeer. Hehe, auch ein geiler Name hier. Hallo Bard! Bob! Nice. Äh, der hat mich gejourneyed! 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 Nee, nee, Freak hat schon einen neuen Bard, äh, Ausdruck kreiert. Das heißt, er hat nicht gebarredet oder so. Nee, nee, für mich ist es gejourneyed. Für mich, wer ist das? Hehehe. Ohhhh... Nice. Was? Achso... Naja, da wollte ich nicht rein. Da hab ich doch umgeschubt. Der Cage, ne? So traurig sieht der, oder? Ja, richtig bitter. Vega ist nur noch ein Schatten seiner selbst, oder? Mhm. Da ist der Bard. Oh, Iria, ey. Ihr willst ein bisschen Musik hören? Ja. Ich tanzen. Haha! Hopp! Ah, da kann ich gar nicht raus! What? Das ist nicht dein Ernst, Iria! Das ist nicht dein Ernst! Da wird... Die Rache kommt sofort. Gefressen. Was? Hast du den Kill nicht bekommen? Hast du gefressen? Nee, ich hab sie bis auf, äh, minus 10 gebracht und dann hat sie abgeschützt. Oh, krass. Der Bard! Na? Wo ist der Journey? Ey, der Bard, was hat der für Stats, der Arme? Wie hier zugesehen. Komm, Kano. Wie viele von diesen Schlüftrollen hat dieser Bard? Was hat er denn hier? Uh! Uh! Was ist der Trifter? Oh, good job! Was hat der für Stats? 6,9. Oh! Oh! Die Mumie! Und sie stellt! Guck mal, wieder Nasus gegen Nasus oben. 500 Stacks! Und der... Alter, Ball, der hat knapp 500... Balled One... Guck mal, ich hab 3.000 Leben fast, ne? Wir müssen nur unseren Nasus beschützt im Late Game. Oh. Oh. Aber wie ist das mit Veiga? Oh, shit. Oh, oh! Hä? Kommst du? Oh, es dauert. Ich komme, aber es dauert. Ja, klar, das haben wir. Dieser Godzilla. Hallo. Bring mich einfach gleich an. Das kann nicht... Das kann nicht sein. Uah! Hoppe's rein? Komm schon! Ich will sie töten! Ich lebe sie! Und ich töte sie! Wo ist Bard? Irgendwo ist er noch. Der hat doch noch gejourneyed. Das kann nicht sein! Da ist er! Da ist er! Hallo Veiga! Haha, der Veiga! Der hat wirklich zu mir! Oh nein, jetzt bin ich aber tot! Oder? Nee, gar nicht! Ach, Lissandra geht zurück! Okay. Alter, wie geil! Ah, du musst das mega knapp überlebt haben, oder? Ja. Ich hab mit ihm gleich gar nicht gerechnet! Hier ist der Bard! Na, wo geht der Journey gleich lang? Guck mal, wenn Lissandra das macht, schreibt Nasus, ich seh das, weil sie auch den Speedtrick gemacht hat. Aber wenn ich das mache, das ist legitim! Hahaha! Alter, wie langsam ich dir denn wirklich so ein T-Rex, ey! Darf man wenigstens einen Pott kaufen, Alter! Wird gerne so ein Riesenschuggert werden! Wir müssen jetzt auch mal kommen alle durch die Mitte. Dadurch ist das Spiel natürlich mega träge, ne? Weil auch wenn du gefiedelt... Also es gibt ja kein Gefiedelt, ne? Bis jetzt nicht! Ich bin bei 28 Kindsbeteiligt! Da steht dir eigentlich an 3. Du hast recht! Da ist der Journey! Oh! Hätte er euch beide gestunnt, wäre im Endeffekt nix passiert! Und man, dieser Bard! Wie sagt der nur 57 Rollen? Der hätte doch viel mehr haben können! Ja, Tink nimmt zu viele Journeys! Ey, das wäre übrigens mal ne Idee für ein Video von dir! Ich glaube, Bard kann nämlich unendlich viele Rollen sammeln, ne? Ja, ich hatte schon, äh, 120 Mal! Also 150 ist erstmal das Ende und danach alle 5 machen seine Viecher irgendwie 30 Mal! Ja... Er hat uns beide gestunnt! Good job, Bard! Wir müssen jetzt mal, weiß ich nicht! Aber wenn Nasus jetzt da weggeht, pusht der andere Nasus durch, ne? Ja... What? Ah! Ich kann auch kein Dings Trinket-Move oder sowas machen! Du kannst rechts mehr, ne? Aber beide sie noch! Was? Ich habe mich gewundert, wie sie sich überhaupt so hinstellt, dass ich sie wirklich wundere! Du bist jetzt dran! Oh nein! Oh no! Der Tower macht aber krank! Guck mal, ich habe 3.300 Schadengeschäden. Was ist der Bard kommt noch? Wenn man squishy ist und ich hab keine Rüstung, dann hat der Tower natürlich richtig gechuggelt. Aber der Tower ist gleich weg. Und dann haben wir den Inget. 600 Farm gegen 600 Farm. Vega splittet jetzt auf. Kriegen wir den Tower? Nein, ist kein Tower Agro. Jetzt schon wieder. Ich will den Noir! Das gibt's doch nicht! LAMO! Nein! Hast du das gesehen, die Animation für die Kopftus? Es kam schon! Das gibt's doch nicht! Man, mir war's egal, ihm war's egal. Und trotzdem kriegen wir den Tower nicht. Oh, Vega pusht. Nasus gegen Nasus. Beide am pushen. Wie lange wollen die denn pushen? Die haben beide TP. Aber wie gesagt, wenn einer von den Nasus weg geht... Dann hat der andere gewinnt direkt das Spiel. Ja! Du hast recht, das ist wirklich so. Aber, achso, wollen die jetzt so viele Stacks, bis die einfach an den Tower gehen können und ihn einfach einbauen? Ich weiß nicht, ob die so weit planen, aber ich meine, wenn jetzt unser Nasus anfängt in der Mitte mitzulaufen, dann pusht der andere automatisch einfach durch. Ich versuch's mal hier. Einmal diesen Nasus töten, ey. Da ist der andere Lee. Wir müssen den Drake. Weil die können doch da gar nichts. Oh, Amo geht da rein. Das ist gefährlich. Ey, aber das ist machbar. Wir sind schon wieder im Drake. Ich hab's denn wieder gespottet. Was? Ey, was ist denn los bei denen? Hä, wo? Der Gute! Der Gute! Der Gute! Jawoll! Das ist nicht übertrieben. Oh, ich komme! Na, wo ist der kleine Journey-Board? Boom! Oh, Amo kriegt den Kill. Jetzt müssen wir wirklich... Was nach? Schönen wir da? Jetzt doch einfach an den Tower, oder nicht? Der Nase müsste... So, ich war erstmal weg hier, der Freund. Mensch, komm! Hier! Einmal lieber diven. Warum eigentlich nicht? So, geht doch. Geht doch, Alice! Boah! Das war erstmal ein Queue hier. Das ist mein Queue, ja. Oh, Vega? Ey, wieso macht der keinen OP-Damage? Das wundert mich. Boah, jetzt ist das ein Spot für dich. Nein, das ist nicht ein Spot für dich. Hä, wie ist das hier? Ein Spot für uns? Wir sind zu fünf! Ich verstehe das gar nicht. Wir sind zu fünf, wir sind zurück. Aber ich denke so, hä, Vega? Der muss sich doch extrem gefarmt haben. Vega hat keine AP. Der hat wohl nicht so die... krass vom Base geschickt. Oh, ho, ho, ho. Ja, ich hab keine Mana. Ja, ich hatte keine Energy. LOL! Jetzt hat Bart den Job gemacht und er killt ihn! Magical Journey? Ne, er hat, äh, gegen die Wand gestrand. Wollen wir zum Draken noch? Ja, oder? Ja, er kommt. Du hast deine Ulti. Dann lass uns erst mal hier oder ich hier erst mal verstecken. Einen Kind und Draken. Ja, die kommen nicht mehr. Nein, das Draken, das Draken. Die Nasus pusht. Und da kommt Bart! Bart! Bart kommt! Du, oder? Komm beide nicht. Ich fang jetzt einfach an, weil die... Links pushen eh. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V. Boah, Drake zieht jetzt gut ab? Ey, so einfach, man. Ja, du kannst ihn ja noch hören, du kannst ihn vergessen. Das ist schon... Das ist schon... Okay, der dritte Draken. Movement Speed. Das wird auch geil. Ah, kommen sie? Ist irgendwie so ruhig. Ne, die sind doch nicht. Nice. Super. 20, 6, 12. Und man ist eigentlich genauso effektiv immer noch wie jeder andere. Das stimmt. Hm, ich wollte ja sagen, noch Nasus, aber das schaffen wir niemals. Der bruch einen Q für dich. Das stimmt. Für mich zwei wahrscheinlich. So, meine U-Hiefer 3, sie macht 650 Base True Damage. Deine 600, ne? Also, ich hab ja jetzt noch kein Level 16, aber... Es geht immer um 200 nach oben. 200, 400, 600. Guck, das meine ich. Nasus hat die Lane verlassen. Jetzt wird unser Nasus da oben durchpushen. Ah, jetzt hat das der andere gerafft. Ja. Wie viel Damage macht der? Ich will ein Q sehen. Ich will ein Q sehen. Er hat 806. Und... Bam. Den kriegt er. Kann ich aber nur sagen, schön. Was ist eigentlich mit deinem Essen? Du musst da noch was machen? Ähm, das steht hier schon vor mir, ja? Und wir greifen halt. Yes! Und wir auf den Tower. Das ist ja wirklich das? Jetzt brauchen wir hier auch die Direktives einfach nur. Brauch er Hilfe? Ja, das Spiel ist innerhalb von 5 Minuten zu Ende. Ja, das ist wie Reha, aber ich will gerne einen Nasus kennen. Da ist der kleine Magical Journey! Haha, er hat mich wirklich gestunnt! Ist der frech! Haha, lol! Da gehe ich durch! Uh, 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 ich habe schon bisschen Respekt. Irea ist hier noch irgendwo. Und da kommt sie schon. Durch den Journey. Oh! 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 Ich flashe! Na Journey! Komm schon! Rechnen! Ich habe den Nasus bekommen! Oh! 2-2! 2-3! 3-3! 3-3! Geil, weil es sind... Alter, wie viel AOE-Schaden haben wir plötzlich gemacht! Mit deiner Ulti, mit... Nice! Noch einer? Der Feint ist gewonnen! Und unser Nasus lebt... Und unser Nasus lebt... Unser Nasus lebt schon wieder! Nice! Good job! Schaffen die Nasus 1000 Stacks! Er hat einen Amumu für Leben eigentlich? 2000! Ich habe echt mit Abstand die meisten! Boah, Vega! Was reicht wieder nicht, ne? Und jetzt hat er cool aus! Unglaublich! Was ist da los? Er hat einen... Äh, da ist es zwei noch abge... Wie viele Stacks hat er mehr? Hm. Das sieht man gar nicht. Mega OP! Ah, totgeläuft! Gut jobriert! Ich hatte in der gesamten Aufnahme den Sound gar nicht an! Was? Spaß! Schaut also auf jeden Fall auf meinen Channel vorbei! Spaß! Spaß! Das ist immer in der Zeit öfter... Wir gehen auch jetzt mal in Teamwork... Was? Wir müssen normal starten, alle! Spaß! Hast du überhaupt mal die Gesamtsdatz angeguckt? 62 zu 30! Alter, Berlin! So! So! So, Leute! Jetzt mal die Enips hier! Um! Nasus! Flip! Und wir zu viert! Du bist jetzt schon 16? Was macht er eine Dings? Hm... Komm, lass mal Top gehen! Nasus holen und dann, äh... Top Inhibitor holen! 600 Damage, ja! Ich habe leider keine Ult hier gerade! Der weiß es nicht! Ey, es ist so lustig! Man denkt, aber wissen sie es? Wissen sie es nicht? Sie können es gar nicht! Haha! Feiert sich! Oh! Oh! Ah! Ich bin zum Glück noch! Denkiger! Was? Leid mich ein bisschen an den Minions einbein! Und KICK auf den KICK! Also tatsächlich gegen vier Leute kann das machen! Das die jetzt auch so die Recruit, ne? Das ist slow! Base Race? Das Base Race war haben! Das gehen wir! Bart kommt schon! Er wird sich direkt zu uns joinen! Und Nasus kriegt gleich den Ende! Vielleicht kriegen sie einen, aber wir kriegen zwei! Nice! Nice! Nice Flash! Rost! Wir haben 44 Sekunden noch bis Nasus lebt! Das ist so! Die Zeit! Weißt du nicht! Ich nehme mit, da gehe ich nicht mehr hin! Oh lol! Aber ich dachte, dass er uns wenigstens trifft, um Zeit zu gewinnen! Nasen! So ein Bart! Ja! Na jetzt kommen sie zurück! Jetzt merken sie es ok! Es geht doch nicht ganz so viel! Ich will den Tower hier an! Nice Tower Stone! Oh! Und ich komme weg! Komm ich! Nein! Wieder! Nein! Wieder! Wieder! Ich komme weg! Ich glaube zum dritten Mal, dass mich die Gnei tötet! Oh! Aber der... Wo ist denn Nasus? Der ist gar nicht mehr da! Doch! Hä! Wo ist er? Ach da ist er! Wo ist er? Der farmt weiter! Guck dir das an! Der farmt! Hallo? Okay! Der ist down! Guck mal was der Gegner schon Sinn macht! Das war ganz gut! Aber das reicht nicht! Das reicht auf keinen Fall! Loil! Da war das Q! Nice! Leute! Was für ein geiler Modus! Vergesst nicht! Schaut bei MrMyKB vorbei! Und? Er will nicht beenden! Er will einfach nicht! Aber wir haben zwei In-Hips! Das sollte auf jeden Fall gewonnen sein! Willst du ein für Deffen? Ne, 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 ne! Ich hole mir gleich den... den Lee! Gemeinsam mit Amuno! Ja, das sieht gut aus! Wir haben genug Minions im Nacken! Schaut auf jeden Fall auf dem Channel von meinem Bro vorbei! Vergesst nicht in die Beschreibung zu gucken! Da ist der Channel! Ich glaube in der zweiten, dritten Zeile oder so! Das selbe gilt natürlich auch für Popwort, den Lee Sin! Oh ja! Der in der ersten Zeile habe ich geile Folge gehabt! Ja, erstmal 2v1, dann hat Mike sie abgelenkt und dann... Er ist noch nicht over, ne? Das... wie... Mal gucken, ob ich jetzt hier den Lee irgendwo finde! Die Superwassalen werden aber hart zu Deffen! Ich habe jetzt 15000 Gold gerade gehabt! Wie viel Gold hast du? Ich hätte jetzt 1447! Ich hätte, glaube ich, so um die 20 K. Ja, ich habe aber auch 57 K. Das ist geil! Oh, Nasus! 373, ey! Geil! Krass! Unser Nasus hat echt so viel mehr! Aber ich glaube gar nicht mal so viel mehr Stacks, oder? Ja! Entschuldigung! Die Buffs, die Drakes, oder? Geil! Ja, ich hätte eigentlich an der Stelle auch schon gedacht, dass es over ist! Wir haben ja auch schon abmoderiert eigentlich! Abmoderation! Oh, okay! Die ganzen Infos gibt's gleich nochmal! Das ist aller Style von Mabossa! Der moderiert immer einfach schon vollständig voll! Das war's, liebe Muchachos! Das will ich so! Das ist wohl wieder mal ein schönes Spiel! Und auf einmal gewinnen geht man das noch vollständig! Oh, mit dem Blu-Waff brauchen wir aber jetzt nicht nur vollständig! Alter, bin ich schwach geworden beim Drake! Wie stark wird denn der? Amu-Mu auch! No, will die 1000 Stacks! Ist es schon vorbei? Ne, ist es noch nicht! So, mit Lane-Rino? Jo! Also mal gucken, ob wir Nasus davon abhalten können, 1000 Stacks zu bekommen! Alles TP! Wie viele Stacks hat unser? 981? Natürlich kriegt er das hin, ey! Ziemlich geil! Dieser Joker! Und da, Momo! Rein da! Der Amelie! Auch noch gefressen von mir! Das war natürlich auch ein bisschen gebaitet! Ich wusste ja, dass er mich nicht kennen kann! Ich bin, feindlich, nicht tanky! Wirklich! Krass, was für base tanken ist Joker, ne? Aber die zwei Super-Minions, die rauskommen! Oh, ich bin so... Ich bin so bad! Ich bin tot, vor allen Dingen! Ne, bin ich nicht! Unser Nasus soll jetzt pecken! Nein! Ich hab ihm noch das Leben gerettet! LOL! Der Bart hat sich gerettet mit seiner Ulti! Nein! Bart! Was ist denn hier grad los? GG! That... Bart! Wir brauchen den dritten Dings! Den dritten... Ja, dritter In-Hip von überall... Alter Nasus, du kassierst von den Minions! Boah! Aber wie? Ich hab' ja noch mal einen Ulti! Ich glaub' irgendwann sind die auch einfach viel zu stark! Ja! Der Super-Vasalle hat fast 600 AD! Boah! Oh-oh! Ah, ein bisschen weg! Hup! Hup! Alter, dieser Slow! Dieser... JET! Fast zum Story! Du schläfst mich! No! Hup! Ah, nein, das sind die Minions! Du kannst dich halten! GG! Aaaaaaah! Was? Ey, wieder so ein geiler Fun-Modus! Ich glaub' da jetzt rein, oder? Hä, ist das jetzt vorbei oder nicht? Guck' mal! Ja, die roten Minions werden jetzt manchmal gekleert! 800, 700, 600, 500... Kann Bart noch den Nexus durchziehen? Haha! Er hat gerade Guilti, ich glaub' er ist... Und vorbei! Das war's! Finally! Eine lange Reise im Magical Journey! Mit Bro Power Fun-Mode! Schaut auf dem Kanal vorbei! Danke fürs Zuschauen! Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch so weitere geile Ideen habt! Und wir freuen uns zu sehen uns schon nächste Woche wieder! Macht's gut! Bis zum nächsten Mal!